Hallo, mein Name ist Susanne Theisen. Ich bin Ihre Persönlichkeitsarchitektin, die Expertin für Farbe, Wirkung und was es mit ihrem Erfolg zu tun hat. Da man sich selbst nicht beraten kann, nutze ich immer wieder den Input, die Inspiration, die ich hier bei Seminaren bei Ernst Grammeri bekomme. Dieses Mal bei der Jahresklausurtagung. Blick auf 2015 oder soll ich besser sagen schon zurück auf das Jahr 2015. Der Plan steht, ich bin verzaubert, was alles möglich ist und freue mich auf ein sehr zielgerichtetes, fokussiertes 2015 mit sagenhaften Ergebnissen. Und von daher nutzt solche Seminare, nutzt das Seminar Jahresklausurtagung und ja, es gibt einen Flug nach St. Moritz. Tschüss.